Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen, let's play Modern Warfare 2 auf Terminal. Wo bleiben die Bobbys? Mein Ladebildschirm hängt jetzt im Ernst. Echt jetzt? Jetzt ist er fertig. So, Teams bilden sich wie folgt, meine Wenigkeit, in Kooperation mit... Wie gerade eben, Afghan. Real, nice. Einer hinten im Dings drin. Jagen! Ey, Mann, ich war schon hinten beim Piloten-Dings da auf meinem Bildschirm. Aber... Meinem Piloten-Dings da? Wozu? Auf meinem Bildschirm war ich schon wieder alleine. Im Cockpit, ja? Piloten-Dings da. Ja, oh lol. Sorry. Alter. Die Pille haben es nicht mehr spät gesehen. Mann, jetzt hat er mich wegen dir erschossen, Nickels. Wut? Boah, weil ich mich zu dir gedreht habe, ich Idiot. Er ist links von dir. Das rat ich einfach mal, ne? Ich wäre auf ihn drauf gewesen, wenn du... Komm mal wieder. Hab dich gesehen, hi, wie geht's dir? Nein, du sollst wieder zurück gelaufen. Nee, ey, ich bin safe. Oh, Nickels, das könnte ein Fehler sein. Nein, ich bin safe. Da wird er auch nicht sein. Da wird er sein. Nice. Wie geht's? Du brennst. Ach, nee. Ich hab ausgefurzt. Was? Turbine ist so laut. Kann ich nicht hören. Aua, ich bin geflasht. Wow, voll flash. Leut. Er defused. Schön. Ernsthaft? Rotz dich halt mal rein. Ich hab gesehen, wie die Bombe wegkommt. Ja, ja, du bist garantiert. Guck mal, wie die Bombe verschwinden. Ach, schade. Ah, nice. Scheiße, ey. Die Bombe ist despawned, weißt du? Und ich dachte mir so, what the fuck? Amma nice. Warum ist die Bombe despawned? Warum despawned die Bombe? Wer sind die Eltern von Eric Cartman? Wir haben die Bombe. Es ist Doc Brown. Oder die, der Bombe goes. Seriously? Der andere ist, der andere ist. Oh, unsere Seite aus der Gangway raus. Oh, lol. Echt jetzt. Sorry. Hast du Nickels getötet? Nee, leider nicht. Leider nicht, vor allem. Hätte ich ihn getötet und nicht geschrien. Was ist denn der? Weiß ich nicht. Ich mach's zu, Leiden. Irgendwo zu sein, glaube ich. Ja, ich hab ihn nicht mehr gesehen. Wann nicht mal. Durch dieses scheiß Glas, das da kaputt gegangen ist, hab ich ihn nicht mehr gesehen. Wann nicht, du scheiß Glas. Ich bin ein Gefallen. Snipe nicht auf dieser Map. Das bringt sie nichts. Die ist zu klein, das. 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 Das Ziel zerstellt. Daniel sniped auf dieser Map. Aber sie ist auch zu klein, das. Ihr seid gerade echt Nervenstrapazin. Ich hoffe, es ist euch klar. Das ist ja Quatsch. Ich wollte sagen, dass er jetzt Quatsch ist. SLP am Start. Der Tubed. Aber SLP ist am Start. Ich hab so einen Appetit auf Burger, war. Echt? Keinen Appetit. Ich arbeite den ganzen Tag mit einer Fritteuse. Das ist doch geil. Wenn du irgendwann mal genug hast, steck dir deinen Kopf rein. Dann ist es vorbei. Fremd Flugzeug. Ich bin weg. Ah ey, in der Burgerbude drin. Ernsthaft? Bin geflasht. Bin am Go-Kart. Oh nice. Ich kann das mitbekommen. Loll. Was? Oh, das ist aber... Oh, ich hab' Fehlern. Shit, ich hasse die AK auf Range. Geil! Wenn du mal drauf bist, dass sie nicht verzieht. Was sie eigentlich leider immer macht. Bumbe entschärft. Wir haben die Runde verloren. Wir haben die Runde verloren. Ja, wir haben sie verloren. Hallo. Aber ich bin wieder... Oh Gott. Einfach nur Borts. Vor allem, ich sag auch noch, ich hab' Appetit auf Burger. Dennis checkt's nicht. Ich hab dich ja da gesehen, aber da Dennis direkt neben dir stand. Äh. Dachte ich, dass ich ihn gesehen habe. Oh. Sorry, Dennis. Ey. Bringst du mich hier noch ins Grab, ey? Ach, wirklich? Immer doch und gerne. Ich hab' mir zufrieden gelassen. Ich hab' mir zufrieden gelassen. Du hast mich gehört? Äh, ja. Genau für den Moment die falsche Klasse, ey. Scheiße. Ich hab' mir zufrieden gelassen. Ja, ich hab' die Musik gerade. Mach' mehr. Inwiefern das Sinn ergibt aber. Das sieht aus, dass es jetzt so ein Boomerang dabei. Boomerang? Ja, auf dem Rücken. Du musstest dich mal von hinten sehen. Hinten! War durch, auf jeden Fall. Ich hab's gewusst, brauche ich mich erschrocken. Kommt von hinten. Meinst du? Ja. Vorsicht, er läuft nicht durch den Kiosk. Forster ist erst am Kiosk schon vorbei, jetzt in der Informationszickel, jetzt am Go-Kart und in dem, äh, YouTube-Free-Shop. Mhm. Da ist er wirklich. Und hinten, demnächst, komm. War noch gut, Frau Nickels war also so. Komm, 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 zu mir den Gefallen. Fuck. Ja! Wunderschön! Die hab ich gar nicht mitbekommen. Nice. Die hab ich nicht mitbekommen. Ich hab die Fliese kaputt gemacht, Schande über ihn. Hast du was gemerkt? Also war in der... ...Wiederholung schon kaputt. Ja. Ja, naja, weil das ist wie gesagt, echt ne Nachlass ist. Das ist immer so. Wow. Hat sich fast gezückt. Das ist ja jetzt schon Wuselang verloren. Weil er jetzt schon wieder gezuckt hat. Gezückt! Meine Clay hat was erwischt, aber nicht getötet. Clay war im Flugzeug drin. Lol. Gangway. LOL! Stimmt doch heute noch. Naja, ist für ein Flugzeug. Was ist denn da gehockt? Verdammt, hätt ich nie gerechnet. Nie gerechnet! Alter Nickels! Hm? Ja, auf alles nachzusprechen! Nachzusprechen! Boah, ihr seid alle im Scheiße. Scheiße! Erst mit dem Brezel. Kacke, hinter der Lampenschale. Gib dir dem Stiss nicht im Saale. LOL! 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 Alter, what the... What the... Blut! Oh, schade. Wenn du da nicht gestanden hättest, der hätte das bestimmt nicht gesehen. Niemals, sag ich dir. Niemals. Ruffle. 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 Ronin. Rogan. Rogan. Dass ich soll. Roken? Alter, du flogst dich. Lazio. Mmmmm. i於 Bist du wieder aufm Ancient Armatures Trip? Beklär ihn ja. Iuiii... Nice! Uhrhlish��� Emel. Nice one. Er kommt jetzt Russack rein! GANGBAY! Nein! Ja! Wäre super! Nein! Er war noch hinten! Er war noch beim Cockpit! Cockpit Höhe! Cockpit Höhe! Doch! Er defused! Er defused! Scheiße! Guck dir das Flugzeug mal aus! Nein! Guck es dir an! Es ist ein Schweizer Käse! Wenn überhaupt! Es ist schon gar nichts mehr! Nein! Ich möchte nicht! Sehr doof! Da wollte ich mal einen neuen Spot ausprobieren und dann... Ja, aber Scheiße! Was? Warum habt ihr denn sowas? Fick dich oben drauf! Ich hab dich halt auch getroffen! Na! Ich war so angefickst! Hab dich nicht gesehen! Ich hab falsch gezielt! Ich hab falsch gezielt! Was denn? Ich kann mich nicht treffen, Mama! Hab ich aber! Jetzt hab ich mir meine Eier geschaukelt! Schaukeln sie mir immer noch! Schießt du hin! Wie kannst du da nicht dran sterben? Na ja! Na ja! Dennis regelt! Hashtag Dennis regelt! Hashtag Dennis regelt! Da 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 da! Da 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 da! Äh ja! Letzte Folge Max! Geil eigentlich! Ja geil! Ich hab Uni bekommen! Ja letzte Folge fand ich echt gut muss ich sagen! Was kannst du nochmal? Ich mag Afton! Aber ähm... Spin-off oder was? Spin-off? Ja dann im Endeffekt Spin-off Serie oder wie? Darf ich mir das vorstellen? Ja man! Hätt ich mir auch's überlegt! Also so sah das für mich aus? Weil irgendwann wird auch Supernatural immer vorbei sein und dann... Oben drauf wieder! Nein! Warum bin ich nicht aufgestanden? Fuck das sind... Der im Gang im Gang! Kommt da! Im Gang! Welche Richtung? Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet! Wo ist er denn? Ich weiß es nicht! Nein! Jetzt hab ich geflasht! Er geht zu A! Ja aber wir müssen doch... Max wusstest du dass ich da drin bin? Ja! Wusstest du das? Ich hab hier erschrocken! Hab... Ah ja Drohne! Fuck! Hahaha! Scheiße! Was wird dumm? Ich hätte blinden sollen bei B eigentlich! Wär voll zu mart gewesen! Ach! Bin ich halt nicht! Schade! Bin ich halt nicht! Ah Nicol! Wir müssen jetzt auch! Alles klar! Machen wir jetzt ja? Jupp! Okay! Ja! Das war so ne Bombe! Scheiße! Der Flug! Er ist wohl auf dem Haus drauf! Bei dem Bottich! Ich war in der A-Lobby hinten! Beim Burger-Town! Der andere ist auch da! Irgendwo am Kart glaube ich! Das ist eine Aufklärungsdrohne gesichtet! Drohne in der Luft! Der Kart! Go-Kart! 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 Wir haben die Runde verloren! Mann alter! Ich sag doch auch noch Go-Kart! Ja! In dem Moment war ich auch schon auf dem Go-Kart drauf! Du warst links! Ne du warst rechts neben dem Go-Kart! Du weißt doch von Fabis Kampf-Action! Dass da ne Kuhle ist! Von der da rauskommt! Äh? Ja! Als Fabian ganz mal ein bisschen reingeballert hat, hab ich da ganz segeln ruhig hinterstand! Achso! Stimmt! Das war meine Clay im... Ach das gibt's nicht! In dem Moment hab ich nen Frame-Einbruch! Der war wieder am Go-Kart mit der Schrotze! Und das war meine Clay im Base! Gott im Flugzeug! Ne! Der Gangway! Alter! Nice! Ah mann ey! Das ist der andere! Der andere hat wie gesagt! Oh lol! Das nervt mich gerade so mit seinen ganzen Scheiß! Oh das kann ich warten! Mhhh! Du magst! Habt ihr mir grad abgezogen! Und jetzt läuft das! Hm! Das ist irgendwie nicht so cool! Nee! Oh Gott! Nice! Ich weg mit dem Spacko! Heiß'n Mensch! Der andere ist lange gar nicht wäre! Hätte ich bessere Chancen gehabt dieses Mal! Jep! Der andere geht Richtung Gangway! Der andere ist Gangway durch! Du hast mich geflasht! Tut mir leid! Der andere ist Gangway durch! Flugzeug... Glaube ich jedenfalls! Ich hab mir jetzt nicht mehr gesehen! Dann ist Pygat bitte an die Information! Munition zu Kass 4! Munition zu Kass 4! Munition zu Kass 4! Munition! Wollt ihr einen coolen Witz hören?! Ahne! Ah! D- Oh, der war so schlecht. Der war doch, der war wirklich, der war auch nicht mal cool, der war gar nichts. Oh, direkt drauf. Stopp. Ja. Jetzt hat hier unten eine Scheibe wieder kaputt gemacht. Habe ich das? Jetzt Flugzeug und ein Träger. Ey. Ich habe deine Beine unten nicht langlaufen sehen. Okay, also der Witz. Ich dachte, er ist einfach wieder zurückgegangen. Warum müssen sie aus Friesen nichts für ihren Sprügel schauen? Oh, nee, Alter, Arne, ohne Scheiß. Kannste gleich vergessen. Ja, die hat er vorhin in einer Stunde gebracht. Du kannst doch nicht den gleichen Witz normal bringen, wenn zwei von drei den schon kennen. Na und, Dennis kennt ihn doch noch nicht. Ja, aber wenn zwei von drei den schon kennen, macht man das nicht. Es war ein Versuch wert. Arne ist tot, Niklas ist im Flugzeug. Ich frage jetzt, wer das weiß. Hä? Ich frage jetzt, wer du das weißt. Er rät. Er rät. Er rät immer. Oh, fuck. Das war so knapp. Oh, war das knapp. Max, links von dir. Links, Max. Max. Wow. Nice. War wirklich links. Arne, Idiot. Nein. Es war ein Dings von ihm. Ich habe Arne komplett ignoriert. Links von ihm. Ja, die Luft war gerade aus. Ja, ich habe das Dings gemessert. Das Scheibchen. Ich war halt... Ich habe noch keinen Sending Scraver. Krass. Beide in der Allobby. Beide in der Allobby. Oh, ist er gerichtet. Ohne Lope. Ich weiß, dass du da bist. Ja, aber quatsch. Der sieht sich doch. Der hat doch durch die Drohne verschiedene Ticks. Wenn du die Ticks abwarten kannst und in dem Moment, dass du ihn bewegst, dann wirst du ihn. So wie ich es gemacht hatte. Ja, aber du weißt ja nicht, wenn der Tick ist. Ja, aber ich weiß auch, wenn ich mich immer bewege und zwar immer irgendwie... Das akzeptiere ich nicht als Antwort. Das war so dumm. Sorry, Arne. Du hast mich fast weggesprengt. Ich weiß. Also, lass mich auch... ...auf die Aufklärungsdro... Ja? Ja, Mann. Nice. Oh. Headshot. Da bin ich aber gut geflogen, kann das sein? Die Bombe autoplaciert! Was ist denn da? Nein! No scope! Wie ein King, Mann! Reihe 15 am Fenster, bitte! Unbefugtes Cockpit, nicht erlaubt! Richtig! Boah, Arne! Raus aus der Schwanzbube sind wir! Scheiße! Wo warst du denn, Alter? 512, wird das sein? Verraten ich dir nicht! Ja, hier, äh... Direkt... Bombe an der Wand! Was ist denn? Nein! Gerschen! Kommt nur ne Clay! Pass auf, der kommt durch! Clay im Dings Shop! Okay! Das ist Scheiße! Hallöschen! Ah! Haha! Geht das Ding mal kaputt? Unglaublich! Worauf hast du denn du geschossen? Geht einfach nicht kaputt! Worauf hast du denn du geschossen? Clay ist weg! Sag mal lieber, worauf du geschossen hast! Hallo Max! Hallo! Hallo! Ja, wir wollten es ja ein bisschen spannen! Ja, genau! Gepopelt! Ich dachte gerade, ist das Nickels? Nee! Ach, ich dachte... Wieso, wenn ihr euch schon die Mühe macht, die Clay kaputt zu machen, könnt ihr dann nur ne Belohnung verdienen! Ja, genau! Und dann kam ich von hinten, Arschloch! Ja, Arne! Anders kannst du ja ja nicht! Der steht hinten! Das kann nicht sein! Meine Clays tun heute alle... Oh fuck! Meine Clays tun heute alle weh, töten aber nicht! Sie sind heute echt nicht töten, meine Clays! Sie haben gerade den Left-Tacks an mir geworfen! Äh, sag ich doch mal den Left-Tacks! Ja, meine Clays auch! Sie sind Betrunkner gegen die Wand, Alter! Sag mal, wir haben hier das früher gewonnen, war? Ja, genau! Gut, recht aber, würd ich sagen! Vielen herzlichen Dank, liebe Leute! Haut rein! Tschüss! Tschüss! Ciao!